Hey du Teufel! Was soll'n das werden, wenn's fertig ist? Ach das, ja. Das war ein echter Breakdance. Das sollte sogar jemand wie du erkennen können. Schön, wenn du Spaß hast. Aber bitte fackel nicht den Raum dabei ab, klar? Wäre nicht witzig, wenn ein Feuerwehrsoldat Feuer legt. Ich fackel hier überhaupt nichts ab. Außerdem, was zum Geier schleppst du hier für eine Spielzeugburg an? Ach bitte. Das hier? Das ist ein Modell, keine Spielzeugburg. Genauer gesagt Schloss Camelot im Maßstab 1 zu 500. Ach so, tut mir echt leid. Ein Spielzeugschloss. Kein Spielzeug. Das ist ein Plastikmodell. Ich hätte nicht gedacht, dass du auf diese Frickelei stehst. Ha, das ist eine höchstritterliche Eigenschaft. Ja, klar. Welcher Ritter baut Plastikmodelle auf? Ruhe! Jeder wahre Ritter baut irgendwann sein eigenes Schloss. Ah ja, sicher doch. Okay, na immerhin wirst du stärker, je mehr du in deine Ritterfantasie eintauchst. Das dürfte deinem Image und deiner Kraft helfen, so dumm es auch ist. Aber sag mal, war Schloss Camelot wirklich so klein wie das hier? Und es passte sogar in eine Schachtel aus Pappe. Du hast doch eben selber gesagt, dass es ein Modell im Maßstab 1 zu 500 ist. Bist du blöd? 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 Bist du blöd?